Wenn ich das Dach so baue, wo war das? So. Und Garantie auf Lebenszeit. Ja, bestimmt. Irgendwie habe ich Bock noch, das Aquaduct erst mal zu verbessern. Denn das ist ja auch wichtig. Hier entkomme ich ja noch nicht. Weil hier noch Sperrgebiet ist. Da glaube ich noch nicht. Und das glaube ich auch noch nicht. Aber ist mir jetzt auch Wumpe. Sagt man das so? Ja, ich denke schon. Habe ich das nicht markiert? Ich habe es nur falsch markiert. Oh, das war ein Bug. Wie auch immer. Oh, wir haben jetzt einen Romulus Grab freigeschaltet. Wir haben jetzt zufälligerweise gerade jetzt eins freigeschaltet. Und wo wäre das? Und natürlich wird es mir gerade nicht angezeigt. Wer hätte es gedacht? Ist es das hier? Man weiß es nicht. Egal, wir machen jetzt einfach mal die Hauptmission. Will jetzt auch mal die Sequenz beenden. Oder zumindest in die Richtung gehen. Sequenz beenden. Alles klar. Raten wir mal hier rein. So. Alles klar. Ich gucke gerade mal. Nehme mich auf. Äh, yo. Und, äh. Also Bild nimmt auf. Ton auch. Sehr gut. Und. Alles klar. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber. Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo. Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ha! Ezio Auditore. Ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack. Ha! Magnifico! Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab. Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio? Ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Ist klar. Französischer Kuss. Zur Täuschung des Baron de Valois. 20 französische Soldaten in den römischen Ruin eliminieren, damit Bartholomäus und Männer ihre Rüstungen stehlen können. Nicht entdeckt werden, ist hier die Devise. Könnte natürlich, äh, schwierig werden. Äh, ich denke, ich gehe zuerst hier hin. Ich habe meinen, Gott sei Dank, meinen Pfeilhagel, der mir dabei helfen wird, nicht entdeckt zu werden. Wobei ich hier auch immer entdeckt wurde. Okay, volle Synchronisation, fehlgeschlagen. Das könnte unser Mann sein. Ihr macht er kaputt. Ach, komm doch her, mein Freund. Ich seh ihn, da! Sieben habe ich erst. Das ist gut. bei so fortan So. Reiten wir mal zum nächsten. Müssten jetzt nochmal drei kommen. Sobald die gestorben sind. Acht. Gleich müsste auch der neunte sterben. So, die Hälfte habe ich schon mal. Oh, der ist noch gar nicht. Alles ganz ruhig. Okay, zwei könnte ich noch gut gebrauchen. Da ist noch ein Schatz dran. Wartet einen Moment. So. Fehlen uns noch zwei. Okay. Und das können diese zwei sein. Hätte so schön sein können, ja, aber... Nun ja. Ja, ja. Ich schieb mir hier keinen Stress. So. Kletterring. Bitte später erneut probieren. Alles klar. Oh, oh. 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 Gut, wenn man so Meisterassassinen hat. Naja, Freunde, alles klar. Oh, Feder gesammelt, yes. Wow, what the fuck. Oh, Mann, Alter. Erstmal einen Schluck Trinken darauf, was gerade passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.